Anfang der 70er Jahre bestand bei der Deutschen Bundesbahn ein großer Bedarf an Elektrolokomotiven für Höchstgeschwindigkeiten bis 160 kmh, die das Leistungsprogramm der Baureihe 110 erfüllen und Altbau-Elektrolokomotiven ersetzen sollten. Der zunächst geplante Nachbau der 110 schied wegen der mittlerweile veralteten Technik aus, allerdings sollten Teile der Einheitslok in die projektierte Baureihe 111 übernommen werden. Zwischen 1974 und 1984 wurden 227 Loks von dem Unternehmen Krauss-Maffei, Henschel, Krupp, Siemens AG und BBC hergestellt. Das H0-Modell der Baureihe 111 der Deutschen Bundesbahn AG kommt als Pico-Expert-Modell in den Fachhandel. Das Vorbild dieser Lok mit der Ordnungsnummer 111 193-9 war bei der DB Regio AG Hessen Frankfurt am Main mit Revisionsdatum vom 21.01.2010 beheimatet. Hersteller war Krauss-Maffei München, Baujahr 1982. Diese Lok ergibt den Betriebszustand ab 2010 wieder. Die Elektro-Lok Baureihe 111 der Deutschen Bundesbahn AG ist eine komplette Neukonstruktion und kommt als Epoche 6 Modell mit verkehrsroter Lackierung in den Fachhandel. Sie wird in DC bzw. AC Ausführung angeboten. Die AC Ausführung wird ab Werk mit einer Plax 22 Decoder ausgeliefert. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders besticht die Ausführung der feinen Isolatoren, Einholm-Stromabnehmer sowie des filigranen Lüftungsgitters über den Bremswiderstand. Die E-Lok überzeugt durch eine gelungene Detaillierung, makellos, scharfe Bedruckung sowie saubere Lackierung. Die BA 111 verfügt über extra angesetzte Scheibenwischer und Türgriffstangen, Frontgriffe sowie Frontsteckdosen und eine detaillierte Maschinenraumnachbildung. Eine echte Augenweide sind die scharf gravierten Drehgestelle, die mit vielen angesetzten Details wie z.B. Sandkästen und Federpakete aufwarten können. So scheint sich der Lockkasten auch wirklich auf den Federn abzustützen. Die Pico BR 111 der Deutschen Bundesbahn AG hat einen Zinkdruckgussrahmen. Das verleiht dem Modell exzellente Fahreigenschaften. Angetrieben wird die Lok durch einen kräftigen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen sorgen. Zur Erhöhung der Zugkraft wurden zwei Antriebsräder mit Haftreifen versehen. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Das Modell ist mit einer Plax 22 Schnittstelle ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Dekoder abrufbar. Das Modell ist für die Aufnahme eines Sounddekoders mit größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet und kann problemlos nachgerüstet werden. Die BR 111 der Deutschen Bundesbahn besitzt eine LED-Beleuchtung mit sehr guter Leuchtkraft. Der Wechsel von Dreispitzsignal und Schlussbeleuchtung erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Besonderes Highlight ist die beleuchtete, zuschaltbare Zugzielanzeige. Die Kabinenbeleuchtung sowie die Maschinenraumbeleuchtung sind ebenfalls separat digital schaltbar. Das attraktive Modell der BR 111 mit seinem hohen Detaillierungsgrad und vielen digitalen Features unterstreicht die hohe Standardqualität von Pico. Die Neukonstruktion dieser E-Lok setzt sich als Blickfang für die Nachbildung von DB Regio-Zügen gut in Szene. Durch die filigrane und betriebstaugliche Ausführung spricht die Lok praxisbezogene Modellbahner und vorbildorientierte Sammler gleichermaßen an. Der Wechsel von Dreispitzschrank dritte Handelsausschrank ditte Handelsausschrank dritte Handelsausschrank Untertitelung des ZDF, 2020